Die Teleakademie ist heute bei der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung in München. Prof. Dr. Joseph Leo Körner lehrte Kunstgeschichte an der Harvard University, an der Universität Frankfurt am Main und am University College London. Seit 2004 ist er Professor für Kunstgeschichte am Koto Institute of Art der Universität London. Prof. Dr. Joseph Leo Körner spricht zum Thema Hieronymus Boschs Feindschaft. Die Darbringung der Heiligen Drei Könige waren für Hieronymus Bosch eine ideale Gelegenheit, seine Kunstfertigkeit zur Schau zu stellen. Als Schöpfer sonderbarer Gebilde hatte Bosch frühen Ruhm erlangt. Seine erste öffentliche Fürsprecher, verliebte Gebade, bemerkte 1560, dass, Zitat, Betrachter beim Anblick einer monströsen Erscheinung in einem Gemälde diese sofort Hieronymus Bosch zuschreiben und ihn so zum Erfinder von Ungeheuren und Chimären machen, Endzitat. Diese Auffassung würde einige Jahre später von Ludovico Guicciardini, einem florentinischen Reisenden, bekräftigt. Diese beschrieb Bosch als, Zitat, Die Gaben der Heiligen Drei Könige waren prototypische Wunderlichkeiten, eindeutig von außerhalb von ein Randzonen der Erdkugel stammende Objekte. Hier ein fabelhafter Globus in Bosch's Epiphanie-Triptikon, heute in Prado. In der kurzen biblischen Erzählung, Zitat, Führen die Heiligen Drei Könige ihre Schätze vor und bringen ihnen Gaben dar. Gold, Weihrauch und Möhre. Lange vor Bosch hatte Künstler diese Spenden in exotische Weise dargestellt, in inneren oder in Gestalt kurioser Kunstgegenstände. Diese Verfremdung erstreckte sich auch auf deren Überbringer, die im Evangelium knapp als Weise aus dem Osten beschrieben werden, die das Andere verkörperten. Die einander fremde Magie waren auch Fremde für das Kind, das sie anbeteten. Christus wurde zum Sohn Davids und Sohn Abrahams ausgerufen. Er war einer von Gottes auserwählten Volk, dem Juden. Die Heiligen Drei Könige, die nach Bethlehem, König Davids Geburtsort, angereist waren, ihn anzubeten, sie waren anders. In Latein Gentiles, in Griechisch Ethnikoi, in Hebräisch Goiem, standen die Könige für alle nicht auserwählten Völker. Christus war als Jude zur Welt gekommen. Aus jüdischer Sicht repräsentierten die Magie den unheimlichen Anderen in der Mehrzahl, ohne erkennbarer Platz in Gottes Bund. Indes waren es jedoch diese Fremde und nicht die Angehörige seines eigenen Stammes, die Christus' Majestät erkannten und einen Bund mit ihm schlossen. Die Gaben ihrerseits besiegelte diese neue Freundschaft mit jenen, die andersfalls Feinde wären. Umgekehrt, von seinem eigenen Volk erhielt Christus die feindliche Antwort, dem Tod. Als einziger Gott durch die Weisen aus dem Morgenland anerkannt, schloss Christus die Ethnikoi zu einem allumfassenden Ganzen zusammen. Dieser Humanismus begann mit einer Ausnahme. Christus war als Jude geboren, das Judentum hatte, dem Christentum zufolge, durch seine Geschichte und in seinen Schriften die Geburt Christi angekündigt. Durch den Bund mit dem einen Gott hatte die Juden auch Anteil an der Ausformung eines universalen Charakters, Christus' Gottheit. Indem sie ihn jedoch nicht als solche erkannten, entpuppten sich die Angehörigen dieses zuvor auserwählten Volkes als letzte hartnäckige Anhänger eines Kultes. In seinem Gemälde unterstreicht Bosch diesen Restbestand an Geheimnisvollen. Zwischen den zwei vorderen Königin und Christus, im Schatten einer morschen Hütte, ragt der Kopf eines Esels hervor auf Jesus weisend. Es handelt sich hier um ein in Geburtszenen häufig dargestelltes Tier, das auf Isäas erste Prophezeiung anspielt. Der Ochs erkennt seinen Herrn und der Esel seines Meisters Krippe, doch Israel ist unwissend. Der Esel, der normalerweise dem treuen Ochsen gegenübergestellt wurde, stand für die Sturheit der Juden im Spätmittelalter, die nicht bereit waren, Christus als Gott anzuerkennen. Zwischen den schwarzen Magus und seinen knienden Gegenspielern streckt aus der Dunkelheit eine mysteriöse, an Türrahmen lehnende Figur ein Bein in die Landschaft. Es handelt sich hier um ein in der Forschung ungelöstes Problem. Der Figur stellt vermutlich den Antichristen dar, vielleicht als der in mittelalterlicher Legende beschriebene jüdische Messias. Durch sein Gewand und seine Umgebung ist er mit den drei um Jesus versammelten Könige verbunden. Seine Wunden, hier in ein zylindrischen Gefäß eingefasst, zeigt Verderbtheit an. Das hat alles Lottie Brandt Philipp behauptet. Nach spätem mittelalterlichen christlichen Glauben war der jüdische Messias identisch mit dem Antichristen. Er war zum Zeitpunkt Christi Geburt erschienen. Mit billiger Zauber täuschte er die Juden, sodass diesen den wahren Messias ablehnten. Statt Christus beteten sie nun ihn an, wofür sie schließlich bestraft wurden. Es gibt überhaupt kein Konsens über die Identität dieser Figur in Bosch's Gemälde. Ernst Gombrich identifizierte ihn mit Herodes, Lorinde Dixon mit einer Personifikation von Saturn. Meiner Ansicht nach ist er eher als das absichtlich unergründliche Böse zu verstehen. Er steht zu den drei Weisen wie Feind zu Freund. Seine Absichten sowie die Symbole seines Gewandes sind absichtlich rätselhaft. Eine Verschwörung im Gegensatz zum öffentlichen Bekenntnis der Könige, ein Kult gegenübergestellter offenbarten Religion. In Bosch's Gemälde steht der Feind nun sichtbar an der Schwelle zum Licht. Epiphanie kommt aus dem griechischen Phane ein, Zeigen, welches sich wiederum ableite von Phaos, Licht. Voragin erklärt, dass Christus' Erscheinung die Heiden ans Licht brachte und ihrem Geist erleuchtete. Und sie brachten als Phänomene jene ans Licht, die zuvor unsichtbar waren. Das Bild des schwarzen Magus, üblicherweise Kaspar genannt, könnte diese Bewegung hin zum sichtbaren Vorauge führen. Die große afrikanische König ist eine von Boschs eindrucksvollste Schöpfungen. In weiß gekleidet wird Kaspar als ethnografische Epiphanie inszeniert. Europas Fantasievorstellung von Afrika als Faktum. Bosch stellt den Afrikaner, einer Konvention folgend, hinter einer Grenze. Und am Rande dieser Grenze, in einem mysteriösen kultischen Inneren, steht auch der vermeintliche Antichrist. Ein fahler Körper im Dunkeln verkehrt er die Verwandlung von Dunkelheit zu Licht. Zu beobachten ist sein sonnengebranntes Gesicht, die eine Allergie gegen Licht nahe liegt. Obwohl die drei Könige ihrem Kult entsagen, bleiben sie für Bosch noch immer gesandten fremder Kulturen. Fremdheit an sich ist das hervorstehende Merkmal in Boschs Kunst in allgemein und in seiner Epiphanie insbesondere. Und im Prado-Triptikon sind die Gaben unergründlich und sonderbar. Bemerken Sie bitte genauer Melchors Gold. Es erzählt eine mit jener von Abraham und Isaac vergleichbare oder gar identische, jedoch in einem fremden Schrift überlieferte Geschichte. Und so soll es auch sein. Denn bevor die drei Könige Christus anbeten, verehrten sie andere Götter. Die Gaben der drei Könige vervielfältigen die Religionen, sogar als diese Gaben auch zu einer Einheit zusammengefasst werden. Deren handgefertigen Bilder zeigen andere mögliche Szenen der Anbetung. Mit ihren drei Männern, die einen Thronen der Vierte ein Geschenk überreichen, wiederholt Kaspers Goldkugel Boschs Inhalt. Auf einer Ebene ist dieser Maison-Abim-Charakter der Gaben einem althergebrachten Verfahren des Synkretismus zuzuschreiben, in dem das Heidentum das Christentum ankündigt und deshalb in ihm aufgehen kann. Auf einer anderen Ebene bleibt diese Gaben aufgrund ihrer eigentümlichen Bedeutung, Stofflichkeit und Erzeugung fremde Gebilde. Geschenke, die zwar Frieden besiegeln, zeugen von absoluter Feindschaft. Es ist diese Residuum an Feindschaft, welches es Bosch so trefflich erlaubt, seine eigene Kunstfertigkeit in Form exotischer Geschenke vorzuführen. Bosch ist bestrebt, diese Gaben als Artefakter des wahrhaft Anderen darzustellen. Um dies zu erreichen, lässt Bosch seine Schöpfungen selbst zu fremdartigen Gebilden werden. Im Hintergrund der Anbetung gibt Bosch Kriegshandlungen der fremdländischen Königin Armeen wieder. Und im Vordergrund deutete er Feindschaft, wie wir gesehen haben, als undurchschaubare Verschwörung und Tod in Form eines Opfers an. Abrahams Bereitschaft, seinen Sohn zu töten, zeigt, wie Tod selbst ein Geschenk an Gott, den vollkommenen Anderen, sein kann. Bosch war ein Experte der Feindschaft. Feindschaft war sozusagen sein Milieu. Der damals expandierende Kunstmarkt trieb die Werkstätte Individuelle Maler dazu, ihre Produktion auf Bilder eines bestimmten leicht absetzbaren Typos einzuschränken. Bosch spezialisierte sich auf das Porträtieren von Feinden. Des Teufels Menschenhass, der Hass zwischen den Menschen. Der Judenhass Christi und der Christen, der Hass der Christen ihrer Feinde. Der gegen ein wirgerichteter Hass seitens unsichtbarer, verschworener Feinde und der fast alle umfassende Zorn Gottes. Diese globale Ökonomie des Hasses wird in Bosch's Bildes nicht nur porträtiert, sie wird in ihnen ausgetragen, als wäre sein Pinsel selbst ein Werkzeug der Feindschaft. Hass ist ansteckend. Die Abscheu, die diese Bilder vor Augen führen, verunstaltet deren bildlichen Form. In ihrer feindlichen Aufmachung verunsichern und bedrohen sie uns in chaotischen Weise. Sind Boschs Gemälde für uns oder gegen uns? Bosch lässt uns in Unklaren über seine Symbolik. Diese Ungewissheit stammt von Zweifel an den redlichen Absichten seiner Schöpfungen. Zweifel, den der Künstler zu nähren bestrebt ist. Was ein Symbol bei Bosch bedeutet, ist verwirrt durch etwas Grundlegenderes als das Fehlen eines Deutungsschlüssels. Da diese Bildsprache jene des Feindes sein könnte, sucht er uns heim mit einer für dessen Opfer vorsätzlich unergründlichen Absicht, die allein jenen zu eigen ist, die unsere Vernichtung planen. An der Basis einer Rundtafel, die die sieben Todsünden zum Inhalt hat, zeigt Bosch das Antlitz des Hasses im alltäglichen Leben. Feindschaft wird weniger als ein Zustand, den als Abfolge von Ereignis behandelt. Sie hat einen Verlauf. Diese Rauferei vor einem Bordell begann mit Trinken und sexueller Ausschweifung, die bald in Totschlag enden sollte. Umgestürzte Gegenstände zeigen Aufruhr und Tummel an, während die Zurückhaltung der weiblichen Figur den Moment einfriert, was dem bemäntelnden Mann Zeit gibt, sein Schwert zu ziehen. Bosch isoliert diesen Protagonisten als Figur des Zorns, ihrer. Nicht nur wird er durch die Inschrift und dem roten, goldenen Löwenbanner hinten als solcher angewiesen. Mit seinen tierisch gefletschten Zähnen personifiziert er die Sünde, liefert sich ihr mit seiner ganzen Person aus. Vor allen Sünden ist Zorn die unvermitteltste, verübt im Brennpunkt des Hasses. Bosch stellt den Kampf an den unteren Rand eines Kreises von Genreszenen, hier Völlerei, auf der gegenüberliegenden Seite. Das labile Gleichgewicht der Feindschaft bildet deren vorübergehende Schnittpunkt. Auf der einen Seite die sieben Genrebilder und auf der anderen die fünf bildlich innerhalb und um den Kreis fest verankerte Szenen. Zorn, anders ausgedruckt, leitet über zu Alltagsszenen, die die Betrachter um das Bild rotieren lassen. Die Kreisform hat viele Bedeutungen. Im Bild sind die Tische und Spiegel, wie jener, in der sich die Eitelkeit reflektiert, rund. Mit seinem Speichen evozierenden sieben Pfeilern bildet Bosches Kreisferner ein Rad. Die katastrophalen Abarten der Sünde sind dergestalt in diesem ehrwürdigen Symbol Fortunas Rad erfasst. Angesichts der vorherrschenden Präsenz der allegorischen Kreisformen in der Kunst des 5. Jahrhunderts, hätte Bosches Rundtafel allein schon durch ihre geometrische Form Unglück andeuten können. Ein Tisch, ein Spiegel, ein Rad, Bosches Kreis der Sünde ist auch ein Auge. Die Worte Hüte dich, Gott sieht, sind rund um etwas, das sich wie eine schwarze Pupille ausnimmt, angeordnet. Bosch malt diese Worte in Rot auf einen vergoldeten Kreis, der den ihn umgebenden Blasrosa-Kreis hineinleuchtet. Mit seinen gezählten Pythagoreischen 128 eingeschriebenen Strahlen, ich habe die gezählt, ist diese Ideogramm einer Iris auch die Sonne. Diese macht den äußeren Kreis, den gesündigt wird, zum Ebenbild der Erde. Bosches von göttlichem Licht erhelltes, von ihm geschautes Weltbild kann auf zweierlei Arten verstanden werden. Sieht man im inneren Kreis eine Sonne, so stellt die Sündenszene eine Schwere dar, die gleichsam als Ganzes aus ihrem Zentrum heraus erfasst wird. Sieht man im inneren Kreis eine Iris, so werden die Szene zu Reflexionen von außerhalb liegenden Dingen auf der konvexen weißen Haut des Auges. Wie dessen Geometrie auch immer sein möge, die Welt wird auf radikaler Weise zur Peripherie. Sie ist nicht die in der Weltkugel eingebettete Landschaft, wie hier rechts zu sehen ist, noch auf der Außenseite eine schwere, eingezeichnete Terrain, wie in den zu Bosches Zeiten produzierten Globen. Die Welt bewegt sich zwischen einer ungestülpten Schwere und der Reflexion einer Umgebung. Dies kündigt den perversen Zustand der verkehrten Welt an. Der Sündigen der Menschheit, die sich wie die um den Kreis dargestellten Figuren verhält, wird so zum Gottesfeind. Laster bedeutet tödliche Konfrontation mit Gott. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wettert die Jakobsepistel, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Wer immer ein Freund der Welt ist, ist ein Feind Gottes. Sünde verwandelt Freunde in Feinde durch egoistische Verhalten und führt überdies zum Bruch zwischen Mensch und Gott. Die Kirche stützte ihre Lehre der Erlösung auf das Modell der Feindschaft. Nach dem Sündenfall stand der Menschheit Gott als Frevler gegenüber. Göttliche Feindschaft konnte nur durch eine Sühne, die das Vermögen des Menschen eigentlich der ganzen Welt überstieg, getilgt werden. Nur Gott selbst konnte diese Wiedergutmachung leisten, was er in der Gestalt Christi tat. Christus flehte seinen Vater an, der Menschheit, Christus' eigene Rasse, durch seinen sündenfreien Tod eine unendliche Gegenschutz zuzubilligen. Er galt Quantität durch Qualität seines unverdienten Todes ab. Frieden war dank des Geschenkes seines Leibes dann wiederhergestellt. Basches sieben Todsünden stellt beide Bewegungen dar. Die Tafel zeigt die Sünde des Menschen gegenüber Gott und Christi Sühne dafür. In der Szene des Zorns stehen auch die Menschen gegenüber, jeder des anderen Vernichtung im Sinn. Der Antagonismus zwischen Gott und Mensch nimmt auch andere Formen an. Die Sünden entfernt den Menschen von Gott. Dieser wendet sich ab vom Sünder, der sich der Welt zuneigt. Die ungekippte Struktur der Welt visualisiert bei Bosch diese Umkehrung. Die in den Bändern eingefasste Texte verbinden diese Gedanken mit der biblischen Kernstelle des Verbergens. Unterhalb des Zorns liest man, Zitat, Diese Worte stammen von Lied Moses aus Deuteronomium, in dem der Gesetzgeber, Israel für die Missachtung des Bundes rügend, Gottes zornige Worte spricht. Knapp unter dem menschlichen Antlitz des Zorns vermerkt Bosch die den erzürmten Gott beschriebenen Worte. Verhülltes Antlitz. Und in den Rundbilden, in den Ecken der Tod, Gericht, Hölle und Erlösung darstellen, malt er die sogenannten vier letzten Dinge, der Novissima, die die sich abkehrende Gottheit immer schaut. Bosch's Gemälde wurde einen Spiegel des Gewissens genannt. 1605 berichtete der Bibliothekar des Eskorials, Josef de Sigantha, dass Philipp II. das Bild in sein Schlafzimmer hing, als Spiegel, um ihn an seine Sünden zu erinnern. Am spanischen Hof, wie auch zu Bosch's Lebzeiten, sollte Beichtübungen die Untat ans Licht bringen, die die Beichtende ihre Laster vor sich selbst verheimlichten. Selbstbefragung brachte unabsichtlich jedoch von dem allsehenden Auge begangenen Sünde an die Oberfläche. In seine Genreszenen führt uns Bosch in einen von den frontalen, senkrechten Anordnungen des Schriftes und der Geschichte abweichenden Raum, der nicht um ein Zentrum herum organisiert ist, sondern Absichten, die in der Peripherie ausbreitet. In diesem geradezu unbewussten Bereich konfrontierte uns mit der Psychopathologie des Alltagslebens. Historisch gesehen beginnt hier die europäische Genre-Malerei. Sie nimmt ihren Ausgang mit diesen Szenen des Alltags, die Bosch's Bild als Ganzes verneint. Und doch offenbart diese Tafel mehr als die verborgenen Inhalt des Unbewusstseins. Sie ist sowohl Spiegel als auch Gewissen, da das Gewissen selbst reflektierend ist. Er erlaubt dem Subjekt zu einem Objekt für sich selbst zu werden, über sich zu reflektieren, sich selbst als reflektiv und reflektierend zu begründen. In freudischen Begriffen konstituiert Bosch's Tafel ein Über-Ich. Es erhebt den Anspruch, uns als bewusstes Subjekt zu formen, indem es uns seinem Blick unterwirft, wobei Blick, wie bei Freud, Vater, Sprache, Geschichte und Gesetz bedeutet. In Christentum ist Christus selbst das Modell dieser Unterwerfung, dieses Prozesses, sich einer Macht zu fügen, als auch zu einem Subjekt zu werden. Bosch zeigt das Leiden Christus als ein Zweifaches, als dem Auge wahrgenommenes Objekt und als Auge, das sieht. Der verwundete Körper zeugt von völliger Ergebenheit, da Christus den Tod akzeptiert, um das Gesetz zu erfüllen und für die Sünde der Menschheit, der er angehört, zu sühnen. Was ist jedoch die Grausamkeit zu klären, die ihn heimsucht? Wenn eine erste Definition folgend, Gott eine Monade, Christus, erschaffen hat, um seine eigene Liebe in ihm wiederzuspiegeln, woher stammt dann dieses Universum der Feindschaft, das ihn zu Fall brachte und ihn immer noch umgibt? Die Gästen der Schmerzensmann in der Bildmitte und von Christus als Weltrichter sind identisch. Gott ist ein Wesen, das straft und leidet. Er straft, weil er leidet, und er leidet, weil er straft. Als religiöser Maler war Bosch zweierlei. Er war ein überragender Darsteller der Passion Christi und er war ein unübertroffener Maler von göttlicher Vergeltung. Er macht es zu seiner Spezialität, die aggressive Komponente der Religion seiner Zeit auszuschälen. Während andere Künstler seine Tradition visuelle Empathie mit Christus propagieren, nährt dieser Künstler Antipathie, Abneigung gegen der Welt, gegenüber dem Genuss, gegenüber sichtbaren und unsichtbaren Gegner. Bosch's Feindschaft ist mehr als lediglich ein Repertoire an Motiven. Feindschaft bestimmt seine Kunst, auf jeder Ebene ist zugleich Struktur, Übung und Symbolik. Dieses Bild gehörte gemeinsam mit dem sieben Todsünden und anderen Schlüsselwerke Bosch's, Philipp II. Obwohl es in früheren Verzeichnissen dem Meister zugeschrieben wurde, ist es eine Kopie eines verlorenen Originals. Seite an Seite betrachtet aber, besitzt es die gleiche Struktur wie die sieben Todsünden und nicht nur aufgrund des inneren kreisförmigen Rahmen. Beide Bilder zeigen Christus als Opfer, das zu 360 Grad von seinem Peinigern umringt wird. Besondere Beachtung verdient die Art und Weise, wie die Arme und Beine der Folterer Christus umschlingen. In beider Tafeln erhebt sich Jesus aus einem grauen Steinsarg, dessen Rand wie ein niedriger Horizont wirkt. Bosch's Ideogramm der Welt evozierend. Und in der Dunkelheit, die die beiden Rundtafeln umgeben, führen beide Bilder eine kosmische Arena vor. In ihr werden die in der Bildmitte dargestellten Elende Schicksale verkehrt. Der konzentrische Wechsel zwischen Opfer und Aggressor kann in dieser oder jener Form in fast allen Arbeiten des Künstlers gefunden werden. Wie weit mehr als nur ein einfaches Motiv begründet er die Tiefenstruktur seiner Bilder. Das Subjekt ist bei Bosch ein Opfer, Wobei ich mit Subjekt das Bildthema des Bildes meine und zugleich die Subjektivität, die das Bild impliziert. Indem er Subjekte vorführt, die von Bösem, dass sie erleiden, umringt sind, schafft Bosch eine durch und durch ethische Kunst, insofern als Ethik den Menschen definiert als Wesen, das fähig ist, sich selbst als Opfer zu erkennen. Wir haben diese Struktur der Viktimisierung, in der der historische und liturgische Körper Christi von Feinden umringt erscheint, schon untersucht. In seiner fortwährenden Auseinandersetzung mit dem Menschen opfert sich Jesus, indem er sein Leiden annimmt. Aus Zeitgründen kann ich auf die historischen Umstände von Bosch' Feindschaft nicht weiter eingehen. Ich möchte dazu nur kurz anmerken, dass in der jüdisch-christlichen Kultur die Geschichte selbst ein Chronik der Opfer ist. Das Leiden Christi nimmt die Position Israels ein, die von Feinden umringt ist. Aber am Vorabend der Reformation war die Angst vor einem weltweit unheilbringenden Feind besonders ausgeprägt. Bosch' so lebhaft vorgestellte Endzeiten wurde von einer Kultur hervorgebracht, die sich selbst in einem permanenten Kriegeszustand erlebte. Die Umstände diesen Verfolgungswahn sind vielleicht auch auf die städtische Einbindung seiner Kunst zurückzuführen. Allgemein gesprochen reflektiert eine Feindschaftsobsession sozialer Bedingungen der spätmittelalterlichen Städte, in denen neuartige Konflikte durch zunehmende Mobilität heraufbeschworen worden waren. Materielle Identitätszeichen, Kleidung, Abzeichen, Insignia, Symbolik, wurden auf antagonistische Weise eingesetzt, um zu verführen oder zu drohen, während dem Schwachen das Tragen von entwürdigenden Erkennungszeichen auferlegt wurde. Valentin Gröbner hat die Faszination dieser Zeit mit Brandzeichen näher untersucht. Diese diente dazu, die Häuser, die durch Brandstiftung zerstört werden sollten, heimlich zu identifizieren. Bosches rätselhafte Symbole ähneln diesen Brandstifterzeichen. Sie sind, unlesbar für uns, Teil der heimischen Absichten des Feindes. Bosches Feindschaft könnte, genauer betrachtet, die Bedingungen seiner Heimatstadt Zertogenbosch widerspiegeln, welcher an der Frontlinie der grausamen Geldern Kriege lag. Bosches Schirmherr Philipp von Burgund stationierte seine Truppen in Zertogenbosch und während er die aufständische Städte von Geldern niederbrannte, brachte er seine Frau in Gebäude unter, das an Bosches Haus gerade begrenzte. Die unter diesen Umständen gemalte Bilder vermengen das gesteigerte Bewusstsein, Opfer zu sein mit der Lust der Aggression. Als Struktur ist Feindschaft robust. Was darauf zurückzuführen ist, dass sie nicht aus fixen Identitäten, sondern aus artikulierten Differenzen besteht. Dies trägt zum Verständnis der formalen Hauptmerkmale Bosches Kunst bei. Einerseits sind seine Bilder demonstrativ unstrukturiert. Figuren schwärmen in einem weitläufigen amorphen Raum aus. Deren eigene, unberechenbare, unbeständige Zusammenstellung stammt von unsteten Pinselstrich des Künstlers. Zum anderen aber überlagert Bosch diese freie Spiel mit ebenso demonstrativen Strukturen, um dem Bild den Charakter eines archaischen Diagramms verlieren. Diese Strukturen lag in Konflikt mit der konstruierten Logik der damals in der niederländischen Malerei verbreitete Landschaftsansichten. Die Kreise, Angelpunkte, Rahmen und Zwischenräumen, die in seiner Kompositionen Eingang finden, gehören einer außerhalb der Malerei liegenden Ordnung an. Sie existieren auf der Ebene der Maloberfläche, der Verlegerung der Tafel als materieller Gegenstand. Diese Strukturen unterscheiden sich wesentlich von durch die Linearperspektive vergebenen Aufbau. Die Perspektive fasst die Bildoberfläche als offene Fenster auf. Sie organisiert einen virtuellen Ausblick um die einzelnen Positionen eines Subjekt herum, was dem Betrachter das Gefühl gibt, Mittelpunkt einer im Voraus festgelegten Vision zu sein. Einerseits stößt Bosch, der weitläufigere Landschaft als seine Vorgänger entwirft, bis an die Grenze dieser Praxis. Andererseits lädt er uns ein, uns in ihnen zu verlieren, statt uns vor dessen unermesslichen Ausdehnungen die Illusion fester Verankerung zu geben. Rahmengerüst und Zentrum erlangen indes eine Ordnung wieder, die außerhalb dieser Ansicht begründet liegt. Als Teile von etwas, das der Betrachter aufgeben, wenn sie in die Tiefe tauchen, suggerieren sie eine göttliche Sichtweise von einem Zentrum aus, die auch Peripherie ist. Statt freies Spiel zu strukturieren, schaffen sie eine Struktur als Differenz von Struktur und Spiel. Und da Bosch diese Differenz mit absoluter Feindschaft gleichsetzt, werden seine Strukturen selbst absolut. Ist doch die Trennung zwischen Feind und Freund, um mit Carl Schmitt zu sprechen, die intensivste und extremste Unterscheidung. Feindschaft ist bei Bosch die Matrix jeglicher Struktur. Als solche kann sie variabel und sogar antagonistische Kompositionen erzeugen. Meistens etabliert der Künstler ein Zentrum, verliert ihm einen positiven Wert und bevölkert es mit von allen Seiten eindringenden Feinden. In der Heimsuchung des heiligen Antonius rechts in Lissabon wird der Einsiedler derart von teuflischen Elementik bedrängt, dass der Betrachter ihn nur mit Mühe auszumachen vermag. Positives wurde auf einen minimalen Farbfleck reduziert. Auf das geometrische Zentrum des Tryptikons aufgesetzt, strukturiert Antonius' nach außen gerichtete Auge das Bild nicht desto weniger. Doch Bosch kann auch das genaue Gegenteil machen und als einen Feind ins Zentrum stellen. In der Hölle des Gartens der Lüste nimmt der mächtige Baummensch eine Antonius' vergleichbare Haltung ein und blickt ebenso nach rückwärts. Die Ähnlichkeit zwischen Sünder und Heiligen basiert teilweise auf dem Umstand, dass in beiden der Körper selbst der Feind ist, gegen den sich das Subjekt richtet. Im Falle des Baummenschen unbewusst und selbstverdammend oder wie im Falle des Escheten in der Wüste in Froma in Haltung. Die Übereinstimmung dieser beiden Figuren verrät auch Bosches Ambivalenz hinsichtlich Feindschaft. Kann doch Hass, wie wir in den sieben Todsünden festgestellt haben, plötzlich in Liebe umschlagen. Links bitte. Auch Bosches rätselhafteste Zeichnung ist von Ambivalenz durchdrungen. Das Hauptmotiv von den von Vogeln umringten Eule basiert auf dem Sprichwort, Zitat, Es verbildigt die Idee sozialer Feindschaft. Wieder begegnen wir dem Motiv von Opfer und Verfolger und wiederum kommt das Motiv durch die formale Anordnung von Zentrum und Peripherie und das Zusammenspiel subjektiver Blick zum Ausdruck. Die Eule ist mit außergewöhnlichen Sehfähigkeit ausgestattet. Sie ist eine nahezu allsehende Kreatur. In Bosches Zeichnung blickt sie uns an aus einer Welt, die selbst allsehend und allhörend ist. Die Unsicherheit darüber, welche Auge die des Feindes sind, die des Vogels oder die im Feld, wird in der Figur der Eule selbst verdichtet. Im mittelalterlichen Bestiarien ist die Eule ein Emblem des Bösen und zugleich eine Figur des Selbst. Sie ist also positiv und negativ besetzt. Bosch hält diese beiden Bedeutungen im Schweben und um eine Nähe zwischen ihnen auszudrücken. Er zeigt das selbst als sich aus zwei Teilen konstruierend, einerseits unveränderlich und wachsam, andererseits beweglich, abhängig, widersprüchlich. Es wurde vorgeschlagen, diese Zeichnung als ein Anspiel auf den eigenen Namen des Künstlers zu lesen. Auf holländisch bedeutet Bosch, Wald. Wenn wir diesen Aspekt berücksichtigen, so können wir die Zeichnung als Selbstporträt in Mitte von Feinden und als Feind verstehen. In Bosches Kunst ist Feindschaft nicht einfach da draußen, als eine feindliche äußere Kraft, die ein zentrales, unschuldiges Inneres bedroht. Da es die Darstellung von Feindschaft nährt, ist Feindschaft überall zu finden. Während andere Künstler Malen mit Beten vergleichen, scheint Bosch stattdessen mit seinem Pinsel zu fluchen. Der Maler Francis Bacon gesteht einmal, dass er nie an einem Porträt in Gegenwart des Modells arbeitete. Da die Porträtierten seine Freunde wären, sollten sie nicht sehen, wie der Maler ihnen Verletzungen ausüben. Ob er Hüllenstrafen ausmalt oder seine Feinde gießelt, Bosch verletzt, was er darstellt. Die Aggression eines Bildes wie die der Dornkronung hier rechts kommt ebenso in Bosches grausamen Karikaturen wie in den Akten der Schächter zum Ausdruck. Links bitte. Betrachten wir nun diese deutsche um 1490 entstandene Zeichen. Die Art und Weise der Darstellung der Grausamkeit hat in einem Betrachter eine scharfe Reaktion ausgelöst. Die Gesichter der Peiniger wurden durchstochen. Bosch verfährt auf analoge Weise. Beide, er wie auch der Schächter, entstellen. Die Schächter, indem sie Jesus' Dornen aufsetzen, Bosch durch das abstößende Porträt des Feindes, des Frevers. Beide Gestalten, der Künstler selbstverständlich als Maler, aber auch die Schächter, die eine parodierende Krone flechten, deren Dornen als Requisit eines Scheinrituals dienen. In seiner Frankfurter Ecke Homotafel inszeniert Bosch den Schmerzensmann als öffentliches Spektakel. Christus' verwundeter Körper wird zu einem für die Juden vorgeführten Schauspiel. In der Dornenkrönung wird diese territorialische und deshalb perverse ästhetische Dimension dadurch impliziert, dass Christus gezwungen wird, eine Rolle zu spielen und dass seine Peiniger, die das Stück inszenieren, ihn auch der Perspektive des Publikums wahrnehmen. Zusammen mit den seltsamen Kostümen und Insignien, die sie tragen, die Schächter, gehört die Dornenkrone als Symbol zu Folterknechten. Die eigenhändig geflochtene und Christus aufgesetzte Krone gehört zum Theater, das von ihnen selbst erschaffen wurde. Gleichzeitig prallt dieses Symbol aber auch an ihnen ab. Christus ist tatsächlich ihr König, so die Geschichte. War es doch genau das Faktum jener wahrhaftigen Majestät, die die drei Weisen aus dem Morgenland bescheinigten und mit ihren fremden Insignien schmückten. Diese Dornen, für die Christus Heiligenschein und Krone sind, werden nunmehr zum Attribut die Niederträchtigkeit der Schächter. Sie symbolisieren als Kreis innerhalb der Folterkreises der Folterer. Der Dornenkrone artikuliert die Struktur der Feindschaft, auf der die Bilder dieses Künstlers beruhen, indem sie das Böse, das dem Subjekt zugeführt wird, konkretisiert. Bosch treibt die Symbolik des Bösen so weit, bis dieser in eine bösartige Symbolik umschlägt. Statt Bilder von Feinden schafft er feindliche Bilder. Zuweilen erscheinen diese gefährlichen Gebilde innerhalb seiner Gemälde in Formen von vorchristlichen oder antichristlichen Götzen. Doch mitunter sind es seine eigenen Bilder, die bis heute unergründlich geblieben sind. Die Tafel der Darbringung der Heiligen Drei Könige mag als für Bosch typisch erscheinen. Die Gaben vollziehen jedoch eine gegenläufige Bewegung zu den gemalten Bildern, die sie enthalten. Die Gaben, diese von zugleich fremden und bekannten Symbolen überzogenen Spenden, Diese Gaben versichern uns, dass das Wesens andere zum Wesensgleichen und dass der Feind letztlich zum Freund wird. Für sich allein genommen würden sie Toleranz bedeuten, da ihr Restbestand an Fremdheit beweist, beweist, dass der andere fremd sein kann, ohne Feind zu sein, und dass Identität ihrerseits ein Artefakt, nicht ein Absolutum ist. Diese Gaben können aber nicht isoliert betrachtet werden. Bosch stellt sie vor eine noch vorherrschende Dunkelheit, in der wir Objekte absoluter Feindschaft erspähen können. Die Symbole des Antichristen richten sich nicht an uns. Selbst wenn wir seine Krone umdrehen, die Bilder von Vögel, Boote und Menschen bleiben uns noch immer unverständlich. Und warum sollte es auch anders sein? Ist es doch Identität, christliche, religiöse Identität, die hier verweigert wird? Ist Bosch's Garten der Lüste letztendlich eine ähnliche Verweigerung, die jedoch durch das Bild in seiner Gesamtheit vorgetragen wird? Ist dieses mysteriöse, für jeder gutwillige Interpreten, unergründlichen Tryptikon, Bosch's Art und Weise, sich kosmischer Feindschaft, die Feindschaft zwischen Mensch und Gott, vorzustellen, in Form eines uns-feindlichen Bildes? In der Illusion befangen, dass die Objekte, die wir deuten, unsere Freunde sind, ringen wir den Sinn der Bilder zu ergründen, die uns hassen. Danke für die Aufmerksamkeit. Die Teleakademie war heute bei der Karl Friedrich von Siemens Stiftung in München. Es sprach Prof. Dr. Joseph Leo Körner zum Thema Hieronymus Boschs Feindschaft. freshenяв.. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020